Musik Hallöchen, ich schneide gerade den Vlog vom 27. Und ich stelle dabei fest, dass meine Uhr falsch geht. Um eine Stunde. Wann ist das denn passiert? Also ziemlich exakt eine Stunde. Haben mich vergessen zu stellen? Nee, doch nicht. Hä? Verstehe ich es nicht. Ich weiß nicht, wie ich mich freuen soll. Oder heulen soll. Nächste Woche wird... Die Heizung auf Arbeit abgeschaltet. Komplett. Man soll also zu Hause bleiben. Das heißt, ich müsste nächste Woche generell nicht ins Büro. Und nächste Woche habe ich Urlaub. Hätte es nicht die Woche darauf sein können, dann wäre ich zwei Wochen zu Hause am Stück. Aber okay. Ja, so ist dem, so ist dem, ne? Ja, mir ist hier schon kalt. Ich habe so eine kalte Nase. Boah, keine Ahnung. Was für ein blöder Tag schon wieder. Ich hatte eigentlich... Heute ist... Also Freitag ist eigentlich der Tag, wo ich alles Mögliche vorplanen möchte. Also so Content-Produktion. Shop für das Foto. So durch bin ich. Fotos für den Shop und so weiter. Fehlen ja immer noch ein paar Sachen. Aber ich habe Kopfschmerzen erstunden. Ich habe schon Kopfschmerzen genommen. Was ist mit euch? Nicht streiten. Das mache ich dir wieder zu. Ich habe Tropfen genommen für den Kreislauf. Es ist ein bisschen besser, aber es ist halt so schwankend. So ein bisschen besser, ein bisschen schlechter, ein bisschen döver. Also keine Ahnung. Ja. Also kann ich nichts machen. Ich kann auch den Patreon-Post nicht machen. Post? Also schon könnte ich, aber ich kann es nicht auf Instagram bekannt geben. Weil ich das Foto davon nicht machen kann. Ich wollte die Leselist heute abdrehen. Auch ein Reel machen dazu. Klappt auch nicht, weil ich... Nee. Wenn man sich nicht fühlt, dann ist halt Mist. Ich finde, ich bin vorsichtig, dass ich das nächste Woche Urlaub habe. Ach, nö, komm. Ist gut jetzt hier. Da kann ich ganz viel Zeugs machen und bin hoffentlich wieder gut im Voraus. Aber ist schon doof. Ich habe das vorhin... Ich habe vorhin... Das spricht euch mit mir in Sortiere. Die Kontemplare haben für den ganzen Monat gemacht. Also für den Oktober. Jetzt darf ich das wieder umswitchen, weil ich das nicht hinbekomme heute. Und somit auch nicht Sonntag, Video zu machen. Da habe ich vorhin die Nachricht bekommen, dass bei dem einen, ähm... Diablo! Ja, nee! Hallo! Lass sie mal in Ruhe! Sie möchte nicht spielen. Mir ist nicht so spielwütig wie du. Oh Gott. Ja, ähm... Was wollte ich sagen? Das ist auch so was. Das eine Webinar-Ding, sie da, wo ich zwei Tage nicht mitmachen konnte, weil arbeitsmäßig hat es nicht funktioniert. Ähm... Dann... Die sind nur bis Sonntag online. Das heißt, ich muss es heute gucken, die beiden Videos. Hier war es eine Stunde, schätze ich. Und... Oder Sonntag. Und ich überlege ernsthaft, wie Sonntag dann das anmache und das gucke, weil nur bis Sonntag ist das halt verfügbar. Morgen kann ich nicht. Morgen habe ich keine Zeit. So null. Dann bin ich von morgens bis abends unterwegs. Ja. Also es ist gerade ein bisschen doof. Ich muss mal gucken, ob ich es nachher mache oder nicht. Die Hablois, hör doch mal bitte auf. Du machst mich ja auch ganz wuschig. Start sie da an. So. Ja, mal gucken. Aber im Moment ist es halt einfach ein bisschen doof. Ich habe auch, glaube ich, beschlossen. Glaube ich, sag ich. Aber ich bin nicht ganz sicher, wenn ich es für dich durchziehen werde. Weil Vlogs doch keine Kapitel mehr zu machen. Fast es ist echt schwierig, das in Kapitel einzuteilen. Weil ich einfach nur von mich hin plapper. Ähm... Deswegen werde ich es bei anderen Videos machen. Ja, wo es um Bücher geht, die man auch schön einteilen kann. Oder halt beim Schreibtagebuch, wo es auch schön einteilen kann. Aber alles andere wird es nicht wieder ohne Kapitel sein. Genau. Hm. Ihr macht mich fertig. Ja. Hört ihr sie? Ich weiß es nicht. Heißt es immer, Katzen können nicht knurren. Mir kein Prima knurren. Ja. Also sitze ich jetzt hier. Aua. Schlag mir das Buch ans Knie und werde es. Dann wird erkerne, wie weiterlesen. Ich habe schon... Ja, was heißt ein gutes Stück? Ja. Passiert doch gerade gar nichts. Ein gutes Stück gelesen. Hey. Muss mal den Kater rausschmeißen. Komm, geh mal. Geh mal, geh. Ja. Lass uns beide mal alleine hier. Beruhigen wir uns alle wieder und dann geht es besser. Mann, 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 Mann. Wir haben ja gar nicht erweitert eine Amazon-Sendung, wo ich dann auch ein Passwort nennen darf. Sehr schön. Jetzt freu ich mich ja riesig. Ich darf nicht vergessen, wenn das Telefon klingelt. In seine Tür klingelt, das Handy mitzunehmen, damit ich das Passwort habe. Furchtbar. Ja, gut. Jetzt werde ich aber erstmal lesen. Oh Gott, Entschuldigung. Und... Mal gucken, was dieses Remi-Demmi hier noch so macht. Wie du kratzt zu seiner Tür. Ich frage mich, ob Postboten neulich erwarten, dass man, wenn sie klingeln, sofort auf den Knopf drückt. Keine Ahnung. Es hat klingelt. Ich bin, hab das Handy geschnappt, hab mich hingereimt. Weil ich dachte, okay, vielleicht Amazon. Keine Ahnung. Muss ich das Handy mitnehmen. Wie dem Krams. Ich höre unten die Stimmen. Alles super, alles schnickig. Ich dachte, okay, erst dann noch was abzugeben. Und dann geht die Person wieder. Ich weiß nicht, ob es für Daniel war noch nicht. Hier kam niemand hoch. Und ich fühle mich ganz schön bescheuert. Warum klingelt man denn bei mir oder bei uns hier oben? Um nicht hochzukommen. Ich meine, ich kann nicht daneben stehen, neben der Klingel. Und die ganze Zeit auf den Klingeln warten. Entschuldigung, ich renne ja schon hin. Ich laufe halt, als ich die Ententanz da hin. Ehrlich, manchmal, keine Ahnung, ob das war mit dem Passwort oder nicht. Kam zu sein, dass da mal zum Bote war. Auf jeden Fall keine Montur oder sowas. Keine Ahnung, was auf dem Bote war. Und das hat er wieder irgendwo unten abgegeben. Wobei es ja auch nicht funktionieren durfte, wirkte Passwort. Also, es ist echt unfassbar. Wirklich, das nervt. Springt mal hoch, rennt hin. Und ist trotzdem nicht schnell genug für die Leute. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Das ist mir zu viel. Das klingelt dann wirklich einmal. Es ist so, dann wurde deinem Nachbarn abgegeben. Oder deinem Nachbarin. Die ist doch wahrscheinlich wieder ewig nicht da. Es ist doch. Und dann ein anderer Versuch zur Zustellung heute. Wird nochmal versucht. Der hatte nichts mehr mit der Hand. Warte mal. Muss ich dann ja auch nochmal schreiben. Nochmal ein Update zum Postboten. Amazon-Boten, was auch immer. Ich weiß nicht, ob ich erzählt habe, dass der letztens die Pakete unten auf dem... Doch, ich glaube schon, dass er unten im Haus bloß standen. Es war ja Leichebote. Hat jetzt nochmal richtig Ärger. Weil geht so nicht. Er muss ja halt... Das eine mit dem Passwort wahrscheinlich wollte er ja morgen zustellen. Morgen, wo keiner hier ist. Schlaue Idee. Hat sich dann ja auch gesagt, so geht nicht. Warum? Er muss es zustellen. Ja. Und mit dem Klingeln, wenn jemand da ist. Ich meine, er klingelt zumindest. Meistens klingeln ja nicht mal. Sondern geben es gleich bei Nachbarn ab. Hatten wir alles schon. Kennt jeder. Der klingelt immerhin. Aber bringt es ja auch nichts, wenn er nicht hochkommt. Sondern beim erstbesten Nachbarn abgibt. So. Und ich kam bis hier... Ich glaube, es ist ja noch ein paar Mal hin und her, wenn ich nur eine Hand habe. Ich werde mir jetzt gleich noch ein Tehchen machen. Ich brauche noch irgendwas Warmes zu trinken. Und Kakao möchte ich heute nicht. Ich habe vorhin schon Kakao, also Schokoladen-Griegsbrei gegessen. Das ist mein Sufi-Schoko heute. Und ich werde sie manchmal gleich mal ein Thema gucken. Was? Ich weiß gar nicht, was wir alles da haben. Ich trinke ein Thema. Es ist nur im Herbst-Winter. So, jetzt brauche ich noch das Handy, das eigene Telefon, weil ich habe jetzt hier beide rumliegen. Das klappt schon wieder nicht. Moment, ich habe so eine Tasche immer in meinem Hudi. Da kann ich doch das Handy und das Telefon reinstopfen. Und da nehme ich mein Buch mit, weil ich mich jetzt auf die Couch umziehen. Wenn ich mich hier immer hinlege, schlafe ich immer ein, beziehungsweise bin ich immer müde. Auch eine Schuld durch die Kopfschmerzen, klar. Aber ich möchte erst nicht schlafen. Ich muss auch gleich noch duschen. Das werde ich erst nach dem Tee machen. So, Oma. Ich sitze. Licht, Licht, Licht. Sind der Scheißer da? Genau. Von daher werde ich jetzt gucken, was ich für Teechen habe. Hier sieht es aus, ne? Katze. Katze. Kater. So. Schon mal, ich habe irgendwie ein Harbengesicht. schon mal einschalten hier. Einschalten, habe ich gesagt. Knopf, danke schön. So, dann gucken wir doch mal in unsere, oh Gott, die geht nicht mehr auf. Äh. Warum geht die denn nicht auf? So. Nein. Immer noch nicht. So. In unsere überfüllte Schokolade. Huh. Ja. Was trinken wir denn? Ich meine, der ist sehr lecker. Ich habe es mir noch gar nicht aufgemacht, sehe ich gerade. Mit Basilikum. Und zwar verrückt. Ähm. Ah, Wintertee. Selbst habe ich auch noch keine Lust. Kräutertees habe ich hier noch jede Menge. Ähm. Haben wir dann noch die anderen Tees. Eigentlich von Daniel, die ja von der die meisten gar nicht trinkt. Fiederechen Frost, das habe ich auch nicht schlecht. Komm, Tartillchen. Hat da in sich, schmeckt die mir aber nicht. Apfelfeige. Ach, so viel Zeug. Und habe ich ja hier unten auch noch die Einzeltees. Mal gucken. Das sind auch die von meinem, äh, 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 wollte ich gerade sagen. Hol dir Kraft. Oh, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich möchte jetzt Kraft haben. Mal gucken, was denn, ich glaube, da sind auch Sprüche drauf, bei den Kräutertees, wenn ich mich gerade hier erinnere. Also nehme ich jetzt den. Die. Oh, so. Ich setze euch mal hier oben ab. Und dann gucken wir mal, was für ein Spruch drin ist. Warum so eine Tasse. Äh, nehmen wir halt mal Animal Crossing. Das muss raus. Das ist zu viel Wasser. Jetzt weiß ich wieder nicht, wie viel Wasser ich drin hatte. Ah, wenn man es lange nicht er macht, dann weiß man die Einstellung. nicht mehr. So. Also. Gucken wir mal, was für ein Spruch ich drauf habe. Ein gutes Bauchgefühl ist wichtig. Na denn. So. Okay. Ich hoffe, das war richtig jetzt hier mit dem Wasser. Ein bisschen Angst, dass es zu viel wird. Ah, gut. Werde ich gleich feststellen, ne? Ich würde sagen, war richtig, ne? Wie. Ich würde sagen.